Moin Leute, Willkommen zu meinem wohlmöglich kürzesten Commentary auf meinem Kanal. Das Gameplay ist ein Einer im Lauf von Nevo. Er spielt in Black Ops 2. Und ich wollte euch eigentlich nur fragen, welche Projekte ihr ungefähr sehen wollt auf meinem Kanal. Ich habe jetzt einige am Laufen. Ich habe jetzt zum Beispiel Grids 2 mit Game ID. Ich habe Cube World mit Game ID von PlayerSide. Ich habe jetzt ein neues Projekt, Yu-Gi-Oh! Online mit Phoenix von GrandlineTV und auch noch Grid LP dazu. Ich habe, es gibt es da noch, Trients 2 aufgenommen mit Phoenix. Ist schon hochgeladen, also zumindest die ersten elf Parts, aber noch nicht offen durchgestellt. Ich habe eigentlich noch Minecraft, ich habe eigentlich noch FIFA. Ich habe sehr, sehr viele Projekte, wie ihr seht. Und mein Internet ist scheiße und ich muss immer ein bisschen gucken, was ich jetzt hochlade, weil so ein Video dauert schon mal mehrere Stunden. Und wenn ich jetzt, wie gesagt habe, mehrere Projekte habe, ich habe jetzt sechs oder sieben Projekte. Das ist zu viel. Ich muss ein bisschen ausgrenzen. Und einige Projekte werden auch gar nicht geguckt, so etwas wie Grid 2. Ja, macht mir extrem viel Spaß, aber da kriege ich keine Aufrufe. Die Commentaries gehen weiter. Die machen mir am meisten Spaß eigentlich. Und da kriege ich halt auch ordentlich Aufrufe, im Gegensatz zu den anderen. Und es macht für mich keinen Sinn, Videos von Grid das hochzuladen, die jetzt irgendwie, ich weiß nicht, fünf oder sechs Stunden zum Upload brauchen und ich dann im Prinzip keine Aufrufe kriege, weil das guckt keiner. Und das wird keiner sehen. Von daher wollte ich euch mal fragen, was ihr da haben wollt. Ich habe jetzt angefangen, League of Legends zu spielen. Ein paar hat es hochgeladen, der erste mit Anna zusammen. Der wird auch rauskommen demnächst. Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr genau sehen wollt, weil ich muss es ein bisschen eingrenzen. Ich kann nicht alles zeigen, ich würde gerne alles zeigen, aber das Internet ist zu langsam dafür. Von daher wollte ich einige Projekte erstmal so auf Stand-By, sagen wir mal, schieben. Grid 2 möchte ich eigentlich gerne weitermachen, aber wenn das keiner gucken will, weiß ich nicht, also ob ich das machen kann. Schreibt bitte in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich bin erstmal raus, wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich nehme eher lieber die Shampoos ins Hotel mit, weil ich dann halt weiß, was ich davon habe. Schläfst du mit deinen Jalousien oben oder unten? Meine Jalousie ist kaputt, die ist gerissen. Hast du das Band irgendwie kaputt gegangen? Dankeschön.